Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's! Konzentrier dich, genau hier! Nimm noch einen Blöden! Hier! Ah! Woah! Guck, 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 guck! Guck, guck, guck! Guck, 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 guck! Guck, 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 guck! Du und ich. Für immer. Du und ich. All ihr Ehefrauen. Wir Männer verlangen viel von euch. Wir verlangen Stärke. Ein Essen auf dem Tisch. Ein sauberes Heim. Und vor allem Verschwiegenheit. Jungs und ihr Spielzeug. Immerhin sind sie beschäftigt. Willkommen im Victory-Projekt. Wir sind alle hier, weil wir an die Mission glauben. Was tun wir? Wir verändern die Welt. Was tun wir? Wir verändern die Welt. So ist es. Was glaubt ihr? Was machen sie wirklich da draußen? Was meinst du? Das Einzige, was sie von uns verlangen, ist, dass wir hier bleiben. Wo es sicher ist. Was? Wisst ihr, was das Victory-Projekt genau ist? Habt ihr je gefragt? Was du? Bitte. Was passiert hier eigentlich? Hör auf, Alice. Was, wenn wir hier in Gefahr sind? Was, wenn... Hör auf! Nein. Jack. Schon gut. Ich möchte gern hören, worauf sie hinaus will. Du musst mir zuhören. Sie belügen uns die ganze Zeit. Wir gehen nicht mehr zurück. Wir marschieren nach vorne. Alle tun so, als wäre ich verrückt. Aber ich bin nicht verrückt. Unser gemeinsames Leben, das können wir verlieren. Ich traue ihm nicht. Und ich will nicht hier sein. Nicht mehr. Und ich will nicht hier sein. Nicht mehr. Ich livee nicht mehr.